Wie viel Personal würde man benötigen, um die Dinge einigermaßen in den Griff zu bekommen? Und zwar nicht nur aus Registrierungssicht, sondern vor allem auch aus der Sicht heraus, dass die Menschen einigermaßen Ernährung brauchen, was nicht gewährleistet worden ist. Es wurde gesagt, ganze 30 Menschen sind umgesiedelt worden. Bravo EU, kann ich da nur sagen, mit großem Zynismus. We see another failure on our migration policy, thinking that we have a reallocation mechanism so far and not seeing any results. At Lesbos, currently this is the only place which we consider functionally an operational hotspot. The conditions for refugees in Lesbos this year were among the worst I've ever seen. Throughout September, October and November, arrivals remained high and the registration systems on Lesbos did not have the capacity to match the inflows. The border of Europe is not Greece for these people. The border is in Turkey and therefore we need to make some stongeboboskings all together as a European family in front of us. Das ist ein Wettbewerb.